Musik Die Turmberg-Schule GWS Weingarten beteiligt sich an diesem Projekt und hat die Kooperation mit der Volksbank Stutensee Weingarten geschlossen. Wichtig für die Schüler der Werkrealschule ist vor allem die Orientierung. Viele Schüler wissen das eben nicht, weil unsere Werkrealschüler sich zum Teil schon in Klasse 8, 9 entscheiden müssen und das doch noch ein sehr, sehr früher Zeitpunkt ist für eine Berufsfindung. Deshalb auch diese vielfältigen Projekte mit diesen Partnern im Kooperationsvertrag, unter anderem jetzt der Volksbank, damit einfach Vorstellungen gemacht werden, was denn eigentlich im Berufsleben gefordert ist oder welche Berufe es überhaupt gibt. Schüler an den Beruf bringen. Die Kooperation kann Türen öffnen. Zum einen für Praktikas, zum anderen den Experten in die Schule. Praxis im Klassenzimmer, dadurch sehen die Jugendlichen, was in der Wirtschaft von ihnen verlangt wird. Aus Sicht der Betriebe oder des Betriebes, der das macht, ist es sehr interessant, weil wir rekrutieren ja auch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auch viele Auszubildende direkt aus der Schule, die dadurch uns auch kennen, die unsere Mitarbeiter kennen und somit haben wir eigentlich nie Probleme, Auszubildende jedes Jahr auch zu bekommen. Das ist der eine große Vorteil. Und ich denke, der Vorteil für die Schule, das wurde ja auch erwähnt, die Kinder werden vorbereitet auf das Berufsleben. Die Zusammenarbeit besteht schon seit einigen Jahren und wird auch erfolgreich praktiziert. Schulweb, Börsenspiel oder Bewerbertraining sind dafür nur einige Beispiele. Doch man kann davon ausgehen, dass die Projekte in Zukunft noch erweitert werden. Wer sich für den Beruf des Bankers interessiert, sollte allerdings einige Voraussetzungen mitbringen. Die erste Voraussetzung ist guter Realschulabschluss oder man macht das Gymnasium, also die Hochschulreife. Und ansonsten sollten die Leute sehr offen sein, kommunikativ auf die Leute zugehen können, ein offenes Wesen haben, interessiert sein. Ich glaube, dann ist das der richtige Beruf, den man ergreifen kann. Die Plattform zum Erfahrungsaustausch ist geschaffen. Wenn man als Schüler nun diesen Beruf einmal austesten und die Volksbank in allen ihren Bereichen kennenlernen möchte, hat nun die besten Möglichkeiten. Vielen Dank.